Im heutigen Video gibt es ein kleines Frage-und-Antwort-Video und zwar geht es rund um das Thema Knie. Sind exzentrische Übungen für den Oberschenkel sinnvoll, wenn ich eine Sehnenentzündung habe? Kann ich statt der Blackroll auch einen Blackroll-Ball nehmen? Woran erkenne ich, dass mein Kniegelenk hypermobil ist und was halte ich von isometrischen Übungen wie Wandsitzen? Viel Spaß dabei! Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Luke Brandenburg, Medical Fitness Trainer und herzlich willkommen zu diesem kleinen Frage-und-Antwort-Video rund um das Thema Knie. Und ja, legen wir auch einfach los. Die erste Frage für heute von Hevert Miraki. Ich hoffe, ich spreche das jetzt hier richtig aus. Spricht irgendetwas dagegen, sein Quadrizeps mit einem Blackroll-Ball zu mobilisieren? Anstatt mit der Blackroll, ja? Und die Frage ist auch ganz schnell beantwortet, nein. Denn der einzige Unterschied bei diesen beiden Tools ist die Auflagefläche. Somit ist der Ball mit einer kleineren Auflagefläche, der geht härter ins Gewebe, ja? Einzige Kontraindikation, sag ich mal, hier ist, wenn der Muskel am Anfang zu verspannt ist, ja? Ihr werdet, das ist sozusagen eine Übungsskalierung. Einfach schwer, ja? Und ihr könnt das auch einfach ein bisschen angenehmer machen, wenn ihr merkt, oh, da bin ich echt zu hart, indem ihr ein Küchentuch über den Ball legt oder ein Kissen, ja? Und woran merke ich, wenn die Übung für mich zu hart ist? Ich mache es bei meinen Kunden immer ganz einfach, ja? Ich male es euch mal kurz an. Schmerzskala, ja? Zehn. Eins, ja? Und hier ist so alles in Ordnung, ich merke nichts, ja? Hier ist so, ich sag mal, angenehme Massage, ja? So bei einer Drei. Und ich sag mal, ab einer Fünf, ja, da wird es langsam so, äh, wie macht man das, so ein bisschen unangenehm. Und hier so, bei einer Sieben, ja? Da geht es halt los, äh, da habe ich so den Grind, ja? Und hier ist es halt so richtig, äh, ärgerlich, ne? Hier komme ich halt nicht mehr klar. Und, ähm, ich sag mal, bis hier kriegt ihr halt euer Muskelgewebe gut entspannt, ne? Das ist unangenehm, aber der Muskel, der, boah, der kann auch locker lassen. Und problematisch wird es halt hier, ja? Da ist manchmal so ein Blitzfall, weil da ist es so schmerzhaft, dass ihr halt den Muskel nicht mehr entspannen könnt. Und das ist ja genau der Reflex, den ihr eigentlich haben wollt, um später die Muskulatur noch besser mobilisieren zu können. Und, äh, kleine Anmerkung noch, ja? Ihr wollt auch unbedingt eigentlich hier zu dieser Sieben, weil, ich sag mal, hier bei einer Fünf und bei einer Drei, da ist der Trainingseffekt halt einfach geringer, ne? Ich bin ein Fan davon, kurz und schmerzhaft, anstatt irgendwie lang und nutzlos. Unsere nächste Frage kommt von Vanessa Mook. Ich hoffe, ich spreche auch das richtig aus. Und zwar fragt sie unter dem Video, was ich mal zur Multipresse, also dem Gerät im Fitnessstudio der Multipresse gemacht habe, wo ich dann auch mal festgestellt habe, dass das nicht so ganz gut ist für den Menschen im Bewegungsapparat. Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Wie ist deine Meinung zu Wallsitting? Hab mich gerade ein bisschen an die Haltung an der Multipresse erinnert. Und, ähm, ja, ich sag mal, so, normalerweise hört ihr wirklich auch immer eine differenzierte Meinung zu jeder Übung. Aber ich mach's mal ein bisschen plakativer. Wenn ich eine Top Ten der schlechtesten funktionellen Übungen aufstellen würde, dann wär Wallsitting wahrscheinlich auf Platz Eins, ja, oder zumindest unter den Top Drei. Warum? Ja, wenn ihr euch das Wallsitting mal anschaut, der Name sagt's eigentlich schon, Wandsitzen, ja? Das ist ja speziell eine Übung, die hier auch wieder den Rectus Femoris trifft, ja, und zwar in einer fast vollständig, also ihr habt wieder diese sitzende Position, die eh für eine Fehlspannung dieses Muskels sorgt. Und dann trainiert ihr diesen Muskel in dieser Position auch noch. Ihr überlastet ihn, überlädt ihn in dieser Position, ja, was halt so massiven Spannungen und Defiziten hier in der Hüftstreckung führt. Gerade bei Athleten, ich weiß, dass es Basketballtrainer und viele Trainer halt einfach gerne machen, weil einfach, weil schnell abgeholt, Trainingseffekt ist da, sorgt allerdings für eine ganze Reihe an Verletzungen und ist auf lange Sicht auf jeden Fall eine Übung, die ich komplett aus deinem Plan, Vanessa, und auch für jeden anderen, der das Video sieht, rausschmeißen würde. So, etwas ungewöhnliche Location hier in meinem Zimmer, denn ich sitze gerade am Videoschnitt zu diesem Video hier und ich habe mich jetzt doch entschieden, das Q&A in zwei Teile aufzuteilen. Das war jetzt Teil 1 und im zweiten Teil geht es dann speziell um die Thematik exzentrisches Training bei Sehenüberlastung, speziell nochmal zum Thema Patellasehnen-Spitzensyndrom, Knie-Sehnen-Entzündung. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, vergesst nicht zu abonnieren und den Weg zu mir findet ihr wie immer über die Videobeschreibung und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.